Ey, was mit mir? Ich sag dir ein paar, ich hab ja welche. Euch zwei. Wir sind im Dreierkreis. Was soll das werden? Dreier oder was? Alles klar. Das war das Pre-Intro. Weißt du das? Drei, zwei, eins. Hallo, ihr werdet euch jetzt nicht mehr gucken. Jetzt alle weiter mit Folge Statsburg. Heute mal mit drei Leuten. Und zwar... Lisa. Heia. Heia. Und Wesux. Und mir natürlich. Moin. Lisa könnte übrigens auch auf der Gamescom treffen. Bestimmt. Das weiß noch keiner. Doch, ich schon. Ich hätte es in einem Video gesagt. Ich wollte was sagen. Aber die wissen nicht wann. Also, ihr könnt... Alle Tage. Ja. Ja. Sie hat halt einfach die Zeit dafür. Schon geil, oder? Ich hab da schon wieder Schule. Ich hab da schon wieder Schule. Als ob du auf der Gamescom schon wieder Schule hast. Ja. Am 18. Okay, da ist meine letzte Woche. Ich sollte echt nicht lachen. Ich helfe dir mal jetzt da. Vielen Dank. Gönn dir Kills. Hier. 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 Ich hör auf, was du dich. Der in Bedroffringer kippt. Au. Da war einer hinter mir. Das hab ich nicht vermerkt. Looo. Was war das jetzt? Fang nicht an zu singen, Wesux. Fang nicht an. Ich werd Opernsänger. Ach. Das hat meine Mama immer zu mir gesagt. Du hast doch eine tolle hohe Stimme. Als ob man die die Eier abgekniffen hätte. Aber ich weiß nicht, warum sie danach immer gelacht hat. Das war's wohl. Das war's mit der Karriere. Könnt ihr mir das vielleicht erklären? Kannst du nicht wieder den Otter rauslassen? Das war aber kein Otter. Das hört sich eher ein verreckender Elefant an. Hä, Lisa mach mal deine Lache. Wie? Diese eine Lache. Mach mal. Welche eine Lache? Ja. Die so klingt wie wenn Marvin der Marienkäfer vergewaltigt wird. Who the fuck is Marvin der Marienkäfer? Habst du das nicht? Ich heiße Marvin. Ach so das. Digga, ja. Digga, ja. Digga, ja. Digga, ja. Digga, pass. Willst du mich ficken? Ey, Lisa. Das ist nicht dein Ernst, ne? Und grad bei dir hab ich mir erhofft. Puh, ha. Wie wär das denn mit dem 40? Lisa und ihr 40 Arsch. Alles klar. So nennst du die Feuer gerne. Klar, Lisa und ihr 40 Arsch. Okay, Titel schon mal speichern. Heißrot. Wow, also ich hab bis jetzt noch gar nichts gemacht. Ich fühl mich grad nutzlos. Du bist nutzlos. Du bist nutzlos. Easy. Spaß, ich lieb dich. Mann, Leute. Lasst mir auch mal was übrig. Alle lieben Kotti. Ja, Kotti darf nicht zu viel machen. Sonst schläft der nur. Finnyboy. Ah, Finnyboy. Das macht ihn an. Ja. Total erregt. Easyboy. Meiner. Nee. Jo, wie er backt und du den Kill bekommst. Oh man. Ja, okay, Leute. Nee, warte, 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 warte. Ich hab noch ganz kurz ne Anmerkung. Nenn das Video Aufnahme mit Mädchen. Das gibt mehr Klicks. Stimmt. Mädchen ist gut. In QBW? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Du kannst ja eben noch schnell die Steps zeigen. Mach ich grade. 114. Ein Mädchen, Leute. Spaß. Nee, aber schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Links zu beiden Kanälen ist unten in der Beschreibung. Ja. 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 Habt ihr noch was zu sagen? Nö. Nein. Ihr seid so gesprächig. Ich, ich quitte. Ja. Halt den Kanal. Halt den Maul. Oh man.